Ich bin sehr begeistert von den Vorträgen, von der Verständlichkeit und auch von der Qualität der vorgestellten Projekte. Ich bin sehr angenehm überrascht, muss ich sagen. Ich war schon bei einigen Vorträgen von Förderstellen, aber das hier ist sehr transparent und sehr informativ. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Ausgezeichnet. Es war eine der besten Veranstaltungen, die ich jetzt besucht habe, auch von den Vorträgen. Ja, qualitativ hochwertig, sehr prägnant. Super. Das ist schön zu hören. Dankeschön. Nein, das war okay. Also für mich war wichtig, die Informationen zu den Antragsformalitäten. Das habe ich erfahren. Von dem her war es okay. Ja, es hat mir sehr gut gefallen. Ich nehme da auch was mit. Vor allem, wenn man die Möglichkeit sieht, vielleicht Förderungen zu bekommen, ist das sicher eine interessante Geschichte, da mehr zu erfahren. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Sehr gut. Sehr gut. Also ich habe mehrere Punkte gesehen, wo eigentlich unser Projektname schon drüber steht. Ich werde auf jeden Fall einreichen. Da werden wir dann noch Broschüre ausfragen, auf die Homepage schauen, wie das Ganze funktioniert. Sehr gut. Also wirklich informativ. Wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Die Veranstaltung hat mir sehr gut gefallen und was mich besonders freut, ist, dass wir hier im Waldviertel einmal eine neue Technologieveranstaltung bekommen haben und dass auch so ein reger Zuspruch geherrscht hat. Resümee, wie hat Ihnen die Veranstaltung gefallen? Sehr gut. Also ich wurde wirklich informiert über die Förderungsmöglichkeiten und wir streben natürlich eine Förderung an. Es war kompakt, innovativ, mir gut gefallen. Ja, es war sehr informativ. Vor allem als universitärer Partner war es informativ, einmal eine marktorientiertere Förderungsstelle oder Förderungsmöglichkeit zu sehen und die Möglichkeiten zu evaluieren. Also es war durchaus eine sehr informative Veranstaltung. Es war eine sehr interessante Veranstaltung. Daher finden wir auch kein Problem. Also ich habe gerade diesen Fragebogen durchgearbeitet und wie gesagt, sehr interessante Leute, sehr fruchtbare Gespräche bereits gehabt und bin schon gespannt, was am Nachmittag auf mich zukommt. Eigentlich recht gut. War gut organisiert, bis auf das Einstiegsproblem der Parkplätze. Ich habe zuerst gedacht, ich muss mir ein Taxi dahernehmen, aber sonst war es absolut sinnvoll und informativ.